Schosch, schau mal bitte nach die Hamburger. Manni, Allmächtner. Also ich sag mal, die sind schon gut durch, ne? Ja, wenn du das sagst. Du hast es aber hoffentlich nicht wieder umbrennen lassen, oder? Ach, Schmatt, das sind die besten Hamburger, die ich sehe mal gestern aus, Schätzler. Super, freu mich schon. Scheiße, wo ist denn der Olaf? Ich glaub, den schiebe ich noch bei McDonalds vorbei. Ja, Olaf, geh her. Kriegst du ein Seiler von mir, gell? Jetzt lauft er schon wieder. Frost miteinander. Und später geht's dir zum Schosch, der macht heute eine Grillparty. Olaf, der Schosch hat gerade angerufen. Du sollst bitte nur bei McDonalds vorbei gehen und bei Hamburg absagen. Alles würde verbrennen lassen, der Gratler.